Die Freuden des Wintersports endeten für Sarah Engels mit einer unerwarteten Wendung. Die Sängerin und Social-Media-Persönlichkeit, die auf Instagram eine Fangemeinde von 1,8 Millionen Menschen begeistert, musste ihre alpine Auszeit abrupt unterbrechen. Sarah Engels, die ihre Follower zuvor mit idyllischen Bildern und Videos aus dem Skiurlaub versorgte, verkündete stolz ihre Fortschritte auf den Pisten. Heute fahren wir schon die rote Piste. Wir werden immer besser und es geht auch ganz schön auf die Beine, teilte sie in einem Post, der sie in rasanter Abfahrt zeigt. Doch die Freude währte nicht lang. Ein folgenschwerer Unfall überschattete das Urlaubsglück der Musikerin. Manchmal läuft doch alles anders als geplant, kommentierte sie ein Instagram-Foto und offenbarte die Schwere ihrer Verletzung. Kreuzband ist durch und ich muss operiert werden. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit nicht bekannt.